Schöne Flanke und dann durch, so wie man das von ihm gekannt hat in der abgelaufenen Saison. Klasse die Flanke Gamolö und dann ist er mir wuchtig keine Abwehrchance für Jönsen. Die Perner führen mit 1 zu 0. Er landet Ball, Suleimani. Klasse gemacht. Das Ding hier ist gegessen. Schön wie sich Suleimani durchsetzt, wer sich auch nicht aus der Ruhe bringen lässt. Als der Ort ist dann angebraucht, kommt mit der Grätsche stattdessen, haut er den Ball in den Netzhimmel. So Freistoß für die Fähringer. Gefährlich, gefährlich, gefährlich. Die auch gegen Schweizer Vertreter treffen. Da wartet er, wartet er, weil er weiß, der Ball ist mein. Ich werde ihn über die Linie kullern lassen. Toll gemacht von den Fähringern. Plötzlich steht es nur noch 2 zu 1. Der Underdog-Mail. Jetzt vielleicht. Die Reaktion ist gekommen. Die Perner heute mit einem schwachen Auftritt. Aber sie zeigen Mumm, sie zeigen Moral, sie zeigen Charakter und reagieren nach der Nachlässigkeit im eigenen Strafraum. Do you want to see the Reaktion?